UNTERTITELUNG Wenn ich gewusst hätte, was mich da erwartet... Dann wäre ich zuhause geblieben. Das könnten Sie mir glauben. Tim! Alle Viren sind entfernt, meine Damen. Sie sind hier sicher. Die haben alles auf mich geschoben. Die wollten mich damit reinziehen. Als ob ich was damit zu tun gehabt hätte.